Vor uns seht ihr ein Grundstück in Drenn-Steinfurt, Ortsteil Waldstädte. Wir haben hier eine richtig ruhige Sackkassenlage, sehr schön gelegen. Ein Familienhäuser nebenan, gewachsene Bebauung und mittendrin diese sogenannte Baulücke. Sieht super aus, 400 Quadratmeter groß ungefähr. Und wundert mich auch, dass es jetzt wirklich zum Verkauf freigegeben wird. Tolle Wohnlage hier und wer es etwas ländlich mag, ist hier super aufgehoben. Also Waldstädte und insbesondere in Steinfurt haben natürlich in der Infrastruktur in den letzten Jahren tüchtig zugelegt. Und auch nach Hamm fährt man nur 10 Minuten ungefähr und am Münster denke ich knapp eine halbe Stunde von hier. Also das lohnt sich auf jeden Fall mal anzuschauen. Wenn ihr weitere Informationen haben wollt, findet ihr unsere Kontaktdaten unten im Text. Das war es auch schon von mir. Danke, tschüss.